ok einen samen zwei samen das war mein arsch tritt dafür haben wir das auch noch mit rezepte 234 wir haben immerhin noch 19 pilze übrig so da wir gerade im arsch tritt gekriegt haben gucken wir mal wie es hier ist 7 kartoffeln 2 plus 13 kartoffeln 19 kartoffeln nicht einen samen 1 2 3 4 5 die vier kartoffeln so da haben wir dann sechs kartoffeln plus gemacht bauen noch eine mehr ein babb schön dick im bobo ernst probiere ich auch gar nicht ach so pilz kannst du ja überall dran klemmen wächst noch nicht gut ob das funktioniert sehen wir dann mit der kartoffeln nein könnte nämlich nicht 1 2 3 4 5 doch mal ja mache ich was rausgeholt ne beim mais beim rüst nicht vom mais haben wir achtel da bauen wir pilze noch zwei hier hin rezepte pilz sporen zu fertigen mais wollten wir noch zwei hier einsetzen jo kartoffeln brauchen wir dann auf jeden fall auch noch mit zwei machen denn wir brauchen meist mehr als kartoffeln was morgen mit dem können wir das mit britt schon hier wo das ach ne chef koch war ja hier schamsuppe ist mir egal penner eintopf ist mir für die wildbrite eintopf können wir schon was sind das speck mit eiern gekriegt gebackene kartoffeln maisbrot tee und kaffee haben wir gemüsesuppe schon gelandet wird hier ist gleich fertig sehr schön nimm mit und dann haben wir hier auch endlich mal was zu trinken ja also endlich mehr das können ruhig zwei reihen sein auch hier ist noch was du hättest fertig gebaut dann können wir das wieder hier hinlegen wir haben noch viele wollten hier jetzt gucken was wir bauen können das können ist quatsch so blaubeerkuchen brauchen wir eier maismehl ne nur auch speis gemüse das ist schon mal richtig heftig das ist richtig geil brauchen wir jeweils zwei kartoffeln haben wir oben zwei mais das wäre eins zu eins da müssen wir von allem achte bauen oder zehne käsekuchen ist jetzt nicht so deswegen lasse ich den kürbis auch gerade oben außer acht kürbisbrot brauchen wir wieder mais kürbiskuchen tierfett maisbrot ja da ist aber jedes mal ein wasser weg speck mit eiern geil steak mit kartoffeln könnte ich jetzt auch essen wildbrät kartoffeln pütze tierfett das ist aber hier nicht genau dasselbe nee halt da ach hier kommt ein gekochtes wasser wofür brauchen wir die pilze überhaupt ach die braucht man hierfür eins zu eins wildbrät eintopf brauchen wir das tierfett was wir gekauft haben wildbrät haben wir genug da kartoffeln 2 2 ungekochtes wasser das ist natürlich richtig geil also muss man zusehen dass wir oben mehr kartoffeln kriegen mais haben wir richtig in massen das mal kartoffeln und pütze extra für die gemüsesuppe genau und das hier gut das passt wir sind auf einem guten wege wichtig 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 aha wo kommt denn die auf einmal her rezept kartoffelsaut fertigen haben wir vergessen jawohl dann nehmen wir noch ein beet mit sitzen hier oben noch ein beet ach quatsch haben wir schon 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 10 12 12 12 und ein paar pilze nö da können wir hier noch mehr kartoffeln einbauen haben das mal gucken wie mal wieder hier noch hinstellen komme ich hier in der mitte ja stellen wir hier auch noch 3 auf hier noch 2 2 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 haben auch nicht anders gemacht wieso ach ich bin hier hinten gar nicht richtig rausgegangen wie hier nein ich schwach jo 4,7 infektionszellen 5% alle warte mal wenn wir hier direkt drauf gucken nur ein die biotiker ein gutes maße genommen haben können wir mal gucken können wir sie bauen ein die biotiker nein 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 können wir aber lernen mit dem rezept arzt 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 erste hilfe verbände rekord und antibiotika das da hat junke benutzen benutzen so viel hier runter die kohle nehmen wir mit das ne pack die mal hier hin sonst verkaufe ich sie wirklich vergiss ich sowieso repkits haben wir einstecken wir haben es nachts um 3 lohnt sich schon gar nicht mehr dahinter zu rennen doppel eisen schneller wegpunkt wir müssen ja dann auch noch zum sommerpunkt hm quest machen hammer auch schön dicht gebaut und nicht dicht gebaut ach typisch wachköp ja hau rein na komm digga ach der ist ja schlimmer die schwache wir haben es auch halb vier ich habe auch schweige dass ich den immer wieder zurück gestoßen habe vielleicht mehr mit schwung rein jawoll gleich austauschen ne was denn das ach stein vorschlag kann man kommen oder gar nicht zu legen ja 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 die große mops oder was nappse ja 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 hühnchen bockbock gibt's jetzt eigentlich einen unterschied wie viel schon ein bisschen mehr fleisch raus ruckel ruckel wo hier wurden wo das eisen oh da müssen wir auch wieder ein bisschen erde weg machen oh komm einmal kann ich bestimmt hacken da einmal auf eisen jawohl was wir noch gar nicht gesehen hätten war senkt ne ja keiner was da war ja ich boh mich bei sowas gerne noch unten mit ladern also nicht so schräg puddeln wie jetzt das schräg nur am anfang ach schon wieder das sieht schon aus wie sentier da kommen wir schon zum körper so erstmal hier noch sein wie früh man geschafft ach 100 jahre auch der da ist doch cool Wollt blubberten hier? Ist wird? Ne. Da ist ein dicker. Ähm, Quiz. Target Buch, Quiz. Wir haben ja noch die andere, ne? Mit dem Händler. Eine Handelsroute öffnen. 2,2 Kilometer. Aktivieren. Ein Aus. Die Richtung ist in die. Direkt nach Süden. Dass wir die irgendwo mal mitnehmen. Wenn wir nach Süden gehen. Aktivieren. Weißt du? So wie jetzt, wenn wir nach Südwesten rennen. Hm. Mmh. Vielen Dank.